Samstag auf W24. Best of, die Rankingshow. Was ist Top? Was ist Flop? Die spannendsten Themen der Stadt im Countdown. Bei welcher Sekte ist er jetzt da? Ich war ein Riesentalent, aber ich war ein Dumpfbacke. Ah, eigentlich ein Tritt. Er trinkt nicht viel, aber wandern oft. Wurde ich damit sagen, oder? Ich stehe da mit dem Alfa Romeo und habe keine Lehre. Götter sind wir alle, lieber Dominik. Best of, jeden Samstag um 20.15 Uhr.